ein zwei worte von mir heute einmal zu diesem produkt das ist eine massagepistole die kommt hier in so eine art koffer daher die kann man hier mit auch einem griff ausgestattet und wir klappen das ganze mal auf und dann können wir das ganze auch in seiner pracht schon sehen hier ist das leidekabel versteckt und das ist im prinzip diese wunderbare pastole wir nehmen die einfach mal raus kommt hier mit unterschieden aufsetzen wir schnappen uns einfach mal willkürlich einen und stecken den hier drauf wir machen dafür mal ein bisschen platz hier das ganze funktioniert ganz simpel hier ist eine öffnung das ganze wird hier leicht rein gedreht und wir merken auch dass der widerstand dann das ganze aufnimmt so was bei dieser pistole ganz schön ist im vergleich zu anderen modellen ist auf jeden fall dass wir diesen knopf hier haben mit dem wir den griff verstellen können also wir können dann dadurch das ganze in unterschiedlichen positionen halten und man kann es dadurch auch ganz gut an sich selbst nutzen wenn wir das ganze so halten können wir ohne probleme auch hinter unsere hier unsere schulter und dann hinter unserem rücken arbeiten funktioniert das ganze hier unten wir schalten das ganze einfach ein werden hier begrüßt mit diesem grünen leuchten und können dann hier in dem rad die unterschiedliche stärke aussehen wir sehen das hier schon ganz gut denke ich das ist die niedrigste stufe und wenn wir hier hochschrauben wird das immer schneller und wir sehen natürlich auch die kamera probleme das noch festzustellen und es verschwimmt ein bisschen alles ja und da können wir dann die entsprechenden partie ganz entspannt mit bearbeiten das ist ganz angenehm und was diese ist wohl auch noch kann ist wird unterschiedlich modi also wir können hier einstellen wie sie arbeiten soll und uns so das raussuchen was für uns angenehm ist wir haben so eine steigende möglichkeit dann haben wir diese ruckartige und dann einmal die ganz simple normale die ich persönlich am ansprechendsten finde muss ich gestehen und ja ich bin der meinung da hat urica tatsächlich ein ganz solides produkt abgeliefert mit dem man sehr schön auch alleine arbeiten kann oder halt jemanden ja ein bisschen entspannung liefert und so eigentlich ein schönes ergebnis hat